ja freunde jetzt weiter nach diesem kleinen stromausfall die wir da hatten mit der telekom oder so wie ihr das sehen wollt ich natürlich jetzt wieder zurück so ja wo aber denn wir haben also wir haben ja so oft gehört das müssen wir ja mal gucken wo wir hängen wir mal b genau so wollen wir mal gucken äh ich genau ja geil ich weiß auch dass wir die grafik und so das war schon ein meister für sich jetzt nicht aufmachen scheiße aufheben entritt schwerelosigkeit ende der schwerelosigkeit ich weiß gar nicht mehr ich habe die tasten nicht mehr im kopf ende des vakuums ja wie war das anziehen schießen ich weiß gar nicht mehr wie das ging es ist ja es ist etwas länger her dass ich in dem spiel drinnen Prozent nicht ganz sehr aber auch nicht fein auch hat der scheiße anziehen da musste ich weiß gar nicht mehr was da war und ne dumme taste drücken oder so ein schicken ich muss mal gucken ob wir das irgendwie hinkriegen äh mäh ich bin ja immer mein freund ein bisschen an den äh ein tritt schwerelosigkeit ähm springen ja das bringt mir dann auch nicht viel ähm alt äh bin ich da jetzt weggekommen eu ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ende der Schwerelosigkeit. Ende des Rackens. Oh, Junge, Junge. Ende des Rackens. Ende des Rackens. Ende des Rackens. Mach da die Alkoholze! Ende des Rackens! Ach, was war die Marron vorbei, Rio? also ich setze jetzt erstmal die lautstärke und ich hab die ja schon und ein gesetzte ich muss sie lautstärke und er ist und er hat das was er war lieber am Quatsch und so weiter so dass sie das noch mal runter hier sagt es geht nicht mehr so er ist jetzt besser So, machen wir mal nachladen hier. Wo hier? Hier wird nicht gemeckert. Jeder kommt mal dran. Nein, nein. Da muss ich gar nicht lang, aber wir gucken uns da trotzdem rum. Technisches Logbuch. Betreffwucherung im Maschinendeck. Update. Die nicht infizierte Buchung, die bereits in anderen Teilen des Schiffs zu sehen war, hat jetzt auch das Maschinendeck erreicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Was für ein Zeug das ist. Er sieht jedenfalls aus, als hätte jemand seine Innereien über die Wände verteilt. Aber es verbreitet sich schneller, als wir es entfernen können. Was eine ganz schöne, eklige Drecksarbeit ist. Die Buchung ist bereits in den Maschinenkranz vorgedrungen. Und wenn wir keine Möglichkeit finden, sie zu stoppen, wird sie spätestens übermorgen in die Hauptkammer erreicht haben. Ich hoffe, die Docks arbeiten an einer Lösung. Ich kann das nicht viel machen. Nein, blablabla. Komische Geräusche hier drin. Ah ja, Energie können. Da kommen wir nicht mehr hier brauchen, ne? Was ist das? Ploschmer Energie? Äh, warte mal. Wo war das so, glaube ich? M, ne? Ne, M ist da, wo wir hinwollen. Gehen wir raus. K. L. Auch nicht. Äh. Jetzt suche ich mir wieder ein. Äh, ja. Ende ist nicht. U, I, U, I, U, A, A, I. Da war es noch. Strahle Munition. Ist so ein Plasma Cutter. Ist ein Metall, ist voll. Ich hasse das immer. Schema, Medipack, Mittel. Nee, nee. Mach, mach, mach. Dann haben wir, ja, dann ist es egal. Scheiß der Hund drauf. Scheiß der Hund drauf. Oh, Geld. Jawohl. Und das haben wir jetzt hier. Wer kann ja so nicht mehr sein. Scheiß, wenn es da irgendwie runter geht oder so. Ganz schön ekelig hier, du. Bäh. Also rennt tut er hier auch nicht. Da stoppst er hier ganz mit Zehenspitzen durch die Gegend. Ich finde das so geil. So, wir sind hier, glaube ich, rausgekommen, ne? Ja, wir müssen jetzt da runter. Vielleicht haben wir in einer anderen Kanöle. Ohne, warte mal, wie geht denn das noch immer? Wie? Aufwusten. Oh, alter, älte. Okay, Minipack ist auch voll. Was ist hier nix? Ah, jetzt tacks nicht die Hörer, das ist die Kette. Oh, schützend. Ah, jetzt tacks nicht die Hörer, das ist der Kette. Ja, das müssen wir doch vorstellen, ne? Kleinrotz gehören hier. Da müssen wir lang. Wollen wir uns hier unten umsehen, ob da noch was ist? Irgendwo habe ich vorhin auch mal noch so ein großes Ding gesehen, was hier unten so schattenmäßig, ne? Was ist das, ne? Energieschweraktiviert. Hm, ich kann hier ja gar nichts aufsammeln. Schema. Inventar ist voll. Ich hasse das. Wir können nichts mitnehmen. Das Inventar ist das jedes Mal das scheiß Inventar für. Das ist das. Luftkanister. Klein. Ja, da hinten haben wir zwei gehabt, ne? Das haben wir. Da haben wir noch sechse. Da haben wir sechse von. Das ist 25. Da haben wir Hunger. Wir haben eigentlich so gut ausgerüstet. Was hab ich da? Luftkanister. Was hab ich da? Medipack. Luftkanister. 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 Benutzen. Wenn wir noch mal einen großen auf. Was das Goldene da unten ist. Schema. Ach. Fick drauf, ey. Fick geil. Fick drauf. Aber da müssen wir jetzt so hin. Da gehen wir doch einfach so hin. Was? Hat er sich wohl so gedacht, uns anzufallen? Ja, glaub ich. Was? Look, kommt nou los! Ha it right! Hab ich so den secreten. dass man für die Knappe noch ein bisschen was haben hier oben hat er sich also versteckt ok wir mal weiter verschlossen speichern speichern wir müssen ja mal hier so kurz korrektur damals letztes gespeichert das mal speichern wir jetzt Dankeschön da lang hier sind wir ja richtig da kommt sie rein erst mal da kommt sie rein ab 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 hier nicht mit mir wenn man das kleine dinge wenn man diese kleine scheiße damit er erzeugen kann zurück wie es laufen guck mal hat man verbracht und haben wir jetzt wieder gekriegt keine Sache aber auch so ganz einfach rumlaufen Gündor schön der Scheiß doch wieder voll so ganz einfach so 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 Outro